Ja, moin, ich bin Dominik. Ich bin 33 Jahre alt, bin bei Hamburg Wasser gelandet. Ich habe hier eine Umschulung zwei Jahre lang gemacht und bin jetzt zwei Jahre lang im Seebezirk West eingesetzt. Ich arbeite bei Hamburg Wasser als Fachkraft für Abwassertechnik. Ich habe mir diesen Beruf ausgesucht, weil ich gerne was für die Umwelt tun möchte. Ich habe nämlich eine kleine Tochter und die soll natürlich in einer schönen Welt aufwachsen. Ich kümmere mich hauptsächlich im Seebezirk West darum, dass das Abwasser vom Haus sicher zum Klärwerk gelangt und nicht irgendwie ins Grundwasser sickert. Ich schätze Hamburg Wasser als Arbeitgeber sehr, da ich hier sehr flexibel sein kann, gerade mit meiner kleinen Tochter, wenn sie mal die Kita ausfällt und da hier die Arbeitssicherheit sehr groß geschrieben wird.